Hallo und willkommen bei der Breas Tutorial-Reihe. In diesem Video zeige ich Ihnen, wie man eine Oszillation am ClearW2 verwendet. MIE mit Oszillationstherapie hilft beim Lösen von Sekret in den proximalen Atemwegen, vorausgesetzt, dass sie individuell angepasst wird. Sie kann an eine periphere Mobilisierungstechnik angepasst werden, indem man die Drücke auf dem ClearW2 verringert, um mehr Zyklen zu ermöglichen. So kann das Ziel der Oszillationstherapie, die Sekrete aus den periferen Atemwegen in die zentralen Atemwege zu bewegen, erreicht werden. Dieses kann dann mit einem MIE-Modus abtransportiert werden. Oszillationen können entweder auf Insufflationen oder Exsufflationen oder auf beide, in einem der MIE-Modi auf dem ClearW2 angewendet werden. Um Oszillationen auf dem ClearW2 zu verwenden, wählen Sie zunächst einen MIE-Modus. Drücken Sie auf das grüne Kästchen, um zu bestätigen, dass Sie den richtigen Schlauchtyp verwenden. Drücken Sie dann die Oszillationstaste auf der rechten Seite des Touchscreens. Es erscheint ein Fenster mit den drei Einstellungen für die Verwendung von Oszillationen. Frequenz ist die Anzahl der Vibrationen, die der ClearW2 pro Sekunde abgibt. Ins ist der Wert der Druckdifferenz, der entsteht, wenn beim Insufflationsvorgang eine Oszillation abgegeben wird. X ist die Druckdifferenz, die entsteht, wenn beim Exsufflationsprozess eine Oszillation abgegeben wird. Sobald die Einstellungen angewendet werden, liefert der ClearW2 die Oszillationen. Die Einstellungen für die Oszillationen sind, wie bei anderen Einstellungen am ClearW2, dynamisch, das heißt sie können während der Behandlung geändert werden und die Änderungen werden sofort angewendet. Wir hoffen, dass Ihnen dieses Video gefallen hat. Weitere Informationen und Videos über die Anwendung des ClearW2 finden Sie auf unserer Website breas.com.de. Vielen Dank für Ihr Interesse.